Warum ist denn die verschrumpelt? Was ist denn das für eine Scheiße? So eine Scheiße, ey! Die nachfolgende Sendung ist nicht für professionelle Köche geeignet. Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Philipp Koch! Wir waren als allererstes die Käsesauce, hier haben wir eine etwas speziellere Soße herausgefunden, und zwar eine mit Weißwein, die soll sehr gut schmecken. Und wir brauchen dafür Käse. Ich habe unterschiedlichen Käse da, die brauchen aber unterschiedlichen Käse. Ich habe einmal Schmelzkäse. Ich hole mir alle Zutaten raus. Da wisst ihr schon mal, um was es heute geht hier. Und Reiz brauchen wir natürlich noch. Wir brauchen einen Kochtopf für die Käsesauce. Ach du Scheiße! Ja doch, in dem Fall. Wir nehmen den. Wie viel Schmelzkäse standen da in dem Rezept drin, was ich gerade gesucht hatte, damit ich ungefähr die Mischmenge gleich habe. Weil ich weiß gerade noch, wie viel Milliliter ich nehmen wollte. Acht Scheiben Schmelzkäse. 100 Milliliter ist ja gar nicht viel. So, das ist besser hier. Wir nehmen den Topf. Jetzt haben wir hier ein bisschen Verschwendung. Moment. Gibt nach und nach den Schmelzkäse in Scheiben zu dem warmen Weißwein. Die Soße immer wieder umdrehen. Der Käse schmilzt auch dabei, dass die Käsesauce nicht anbrennt. Wir könnten auch schon das Wasser für den Reis machen. Ist der Topf zu groß für Reis? Ah, das riecht. Meine Franzose wird es doch lieben bestimmt. Ich tue hier einfach die zwei besten Sachen, die es gibt, miteinander kombinieren gerade. Wein und Käse. Für zwei Päckel Reis. Was ist besser? Links oder rechts? Deckt mich am Arsch. Ich habe keine Mitte. Ich habe nur die beiden. So. Ach nee, guck mal, was ist denn das für den Topf? Kommt der denn her? Ach so, den habe ich ja gerade eben gehabt. Ich würde sagen, bei mir gibt es Kaltwasserreis. Ah nee, das muss bestimmt ins kochende Wasser. Köstlich. So, die lassen wir jetzt warm stellen. Und zwar, indem ich den Herd ausmache und einfach darauf stehen lasse. Jetzt kommen wir zum größten Spaß gleich. Weil wir müssen ganz viel Gemüse schneiden. Wir müssen Fleisch schneiden. Wir fangen an mit den Zwiebeln. Da wollen wir erstmal schauen, was wir denn hier an den Gartenzwiebeln noch rauskriegen. Hier ist noch eine Zwiebel, hier ist noch eine Zwiebel. Die sind irgendwie ein bisschen verfallen hier. Ich weiß auch nicht warum. Wir holen das Beste raus aus der Stelle. Ansonsten, das ist auch Müll und das ist auch alles Müll. Ja. Dann schneiden wir das einmal durch. Wir schneiden das einmal durch. Dann schneiden wir einmal hier in der Mitte durch. Weil da habe ich nämlich gelernt, dass das einfacher geht. Dann die nächste Zwiebel. Das geht jetzt hier ratzfatz. Wenn du die Schale dran lässt, geht es noch schneller. Das stimmt allerdings, da hast du recht. Aber ich denke, dann wird das Essen nicht so geil. Das geht ja eh schneller, weil ich werde die dann bloß auseinanderrupfen hier. Ich werde die ja nicht richtig schneiden. Das könnt ihr vergessen. Boden sauber. Der Boden ist doch sauber. Sieht eure Küche nicht so aus wie meine. Also ich weiß jetzt nicht, was in meinem Boden hier auszusetzen ist. Aber ich habe die Zwiebeln so lange angeguckt. Das dreht in mein Auge. Ich sehe nichts. Ich spüre nur Wasser aus meinem Auge. Ich mache das jetzt hier blind. So, jetzt muss ich kurz mal um mich selber kümmern. Scheiß Zwiebeln. Wer die erfunden hat, das sollte irgendwie steinigt werden manchmal. Was ist denn hier? Das bleibt noch ein bisschen warm. Wir machen auf jeden Fall die grüne. Die ist standardmäßig. Die grüne ist verschrumpelt. Warum ist denn die verschrumpelt? Was ist denn das für eine Scheiße? Der Grotz hat 1 Euro gekostet. 1 Euro auf dem Morgenmarkt. Die sah gut aus. So eine Scheiße, ey. Ja, das geht noch. Das hier ist alles so in Scheiben geschnitten jeweils. Das gleiche. Und dann machen wir halt noch die rote Paprika mit rein. Würzig und scharfen Peperonis. Die kommen auch noch mit rein. In den ganzen Spaß. So, dann hauen wir jetzt da hinten mal den Reis rein. Der kann ja ein bisschen dünsten, ne? Oder wie funktioniert das? Jetzt haben wir zwei, sagen wir, was brauchen wir noch? Zwiebeln, Paprika, Pilze. Pilze brauchen wir noch. Die Pilze brauchen wir noch. Jedes Mal wieder, aufs Neue, wenn ich Pilze mache, weiß ich nicht, muss ich die schälen? Muss ich die sauber machen? Was mache ich damit? Mache ich hier von der Schale irgendwas ab? Schäle ich das so ab? Oder kann ich es einfach so benutzen? Dann tue ich immer so fake einfach so ein bisschen was abreißen. Und denke mir dann, ja, jetzt sieht es nach einem Pilz aus, den ich so in der Art und Weise essen würde. Und den hacken wir dann einfach klein. So. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber man kann es ja abmachen. Das funktioniert ja. Dann kannst du hier den Stengel rausknallen und dann haust du wieder drauf. So. Wichtigster Arbeitsschritt zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ist immer, ganz kurz, ne? Einmal durchzukehren. Weil sonst kriegt man ja dreckige Socken. Und wer will das? Jetzt kommt mir zum wichtigsten Punkt des Tages. Der Entrecotte. 21 Tage Reib vom Jungbullen aus Braten zum Braten, Grillen aus eigener Herstellung. Schneiden das auch in Scheiben, dünne Scheiben, also nehmen wir dafür noch einen Teller. Aber bevor das losgeht, tun wir uns natürlich vorbereiten. Keine Ahnung, ob man das so macht. Ich mache das aber gern. Mit einem gewissen Fett noch mit drin ist, das ist wichtig, damit das ein bisschen saftig bleibt. Das schneiden wir jetzt so, wie es ist. Einfach in Scheiben. So, und die kommen dann halt auch mit in das große Pfännchen rein. Mein allererstes Philly Cheese Steak, was ich gegessen habe, weiß ich bis heute. Das war 2017. Irgendeiner beschissenen Metro Station in New York. Bin ich da angekommen mit dem Zug von Long Island. Das Ding ist eben, ich habe keine Ahnung, was Philly Cheese Steak ist. Aber es hat mich einfach... Ich habe Philly gelesen und dachte, ja, du hälst auch ungefähr so. Das ist was für dich. Ja, gehen wir hin. Wisst ihr, woher der Name Philly kommt im Philly Cheese Steak? Nee, das Wort Philly steht für einen amerikanischen Bundesstaat. Das ist die gute alte Philadelphia. Haben wir unseren Bildungsauftrag für heute erfüllt. Machen wir einen Tropfen Öl rein. Ich würde einen Tropfen Öl reinmachen. Einen Tropfen Öl schadet nie. Ich glaube, da ging ein bisschen Öl daneben irgendwie, oder? Das muss ja ein bisschen zusammenfallen, der ganze Mist. Damit man das Fleisch reintun könnte. Die Frage ist, hat er das gewürzt? Weil normalerweise im Philly Cheese Steak wird es halt in einem Brot serviert. Mit Reis schmeckt natürlich alles besser. Also ich als vehementer, nicht Vegetarier, ne? Ich muss auch sagen, wenn man so eine Gemüsepfanne machen würde, ohne ist das Fleisch rein, ist das Pfeberonisch scharf. Alter Vater! Der Reis ist jetzt gleich fertig. Rausholen und in unseren Topf hierhin reinschmeißen. Na? Oh! Geil! Und da sagt man ja noch, ich kann nichts. Das ist quasi fertig. Das stelle ich jetzt hier hin. Mach da einen Deckel drauf. So, und hier schieben wir das alles ein bisschen zur Seite. Das riecht so ganz leicht verbrannt. Ich mach da doch nochmal einen Tropfen Öl rein. So. Und dann machen wir das ein bisschen anbraten lassen. Und dann kann man das shoppen. Er nennt sich das so ein bisschen klein hacken irgendwie. Und dann geht das. Habt ihr gesehen, der hat das mit so einer Art Spachtel gemacht. Ich hab hier nicht Spachtel. Hätte ich im Kaufleiter kaufen können. Kostet 18 Euro, ne scheiß Spachtel dazu zu klein hacken. Die sind doch bescheuert. Er zahlt 18 Euro für eine Spachtel. Dann nehm ich doch lieber meinen guten allen Hammer oder meine extrem professionelle Kuchenschaufel. Um das dann ein bisschen klein zu stopfen hier im Notfall. In einer Kuchenschaufel kannst du nämlich alles machen. So, ich würde hier trotzdem mal ein bisschen Gewürz ran machen an das Fleisch. In dem Zustand aktuell. Richtig Bock würde das auf so einer richtig schönen großen Grillplatte machen. Das funktioniert jetzt schon. Wahrscheinlich funktioniert das damit nicht. Funktioniert das damit? Ne. Ich denke, ich hab das ein bisschen zu dick geschnitten. Und dann kommt der Käse noch mit rein. Der Käse, dann macht das ja, macht den ganzen Spaß halt noch besser. Ich denke, das muss halt mit was Schaufen machen. Aber ich würde halt ungern in meiner Pfanne hier rumschneiden, ne. Das kann noch gut werden, wenn man sowas macht, oder? Aber Wenn man irgendwie in dem Maße Käse dazu gibt, kann es noch gut werden. Und das sollte ich vielleicht auch noch als Kanalpunkte mit einführen. Mehr Käse. So, ich muss mir schon mal ein bisschen Platz schaffen für später. Weil wir wollen ja hier essen. So, Platz geschaffen. So, und das können wir jetzt theoretisch aus Brut drauf machen. Oder wir machen das jetzt so wie ich. Und machen das auf Reis. Das allererstes kommen wir hier mit unserem Reis. Hinkippen wir hier rein. Das ist ganz schön viel Reis. So, ich denke jetzt, das reicht. Ah. So. Und darüber kommt jetzt noch die geile Käsesauce. Boah. Die ist ein bisschen zu fest geworden jetzt am Ende. Auch mal erkennt, das Ansehen hinter der ganzen Schuße, was es sein soll. Das Philly Cheese Steak. Auf Reis. Fertig. Nehmen wir einen tiefen Löffel, fahren hier einmal richtig schön rein. Ich bin mal gespannt, ob das Fleisch auch gut ist. Muss. Oh, also halt. Da war nicht mehr Fleisch vorbei. Wir wollen Fleisch sehen. Da ist Fleisch. Das Fleisch passt meiner Meinung nach. Kann man sich nicht beschweren. Also ist es gut. Und ich würde sagen, das war wieder mal so eins von den schnellen und einfachen Rezepten. Hier war es so eins von. Aber gut. Käse kann man natürlich nie genug haben. Was man genug haben kann, ist Reis. Und da ist ein bisschen zu viel drin. Aber da macht es mich halt was anderes dazu. Wenn man ein rohes Ei reinhaut und der Reis dadurch mehr stockt, wir ab vorne machen es auch nicht anders. So. Was sagt ihr? Hat euch gefallen? Von daher. Ich danke fürs Zuschauen. Auf den YouTube. Vielen Dank für's Zuschauen. Und wenn ihr das nächste Mal gehört, mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal.